Hallo liebe Leute, da sind wir wieder. Heute machen wir ein Sazerac und ich habe mir gedacht, das ist ein richtig leckerer Klassiker für euch. Wenn ihr mal sehen wollt, wie es wieder geht, dann bleibt doch einfach mal dran. Zuerst geben wir ein, zwei Eiswürfel in das Glas. Ich habe jetzt hier einen Big Cubes, von daher nicht wundern. Und dann füllen wir erstmal Absinth ein. Und zwar nehmt ihr einen ordentlichen Absinth. Ich nehme den Pernod, der 68 Umdrehung ist vollkommen ausreichend. Und hier sind ungefähr 1,5 CL die Maßgabe. Dann 7 CL an kaltem Wasser. Ins Glas geben und das Glas beiseite stellen. Nun nehmt euch ein weiteres Glas und gebt auch dort Eis rein. Aber ein paar mehr Eiswürfel. Jetzt geben wir Cognac darauf und zwar 2,3 CL. Versucht nichts daneben zu schütten. Dann nehmen wir die gleiche Menge an Rye Whisky. Ich nehme hier einen Bulletin. Und zwar nehme ich den hier. Als nächstes nehmen wir noch einen Bourbon. Ich nehme hier einen schönen leichten, blumigen Bourbon. Gleiche Menge, 2,3 CL. Und zwar nehme ich hier den 4 Roses. 1 CL an Zuckersirup. 1 CL an kaltem Wasser. Aber wenn die Eiswürfel trotzdem genug Wasser abgeben, gebt ihr besser trotzdem was rein. Dann 1 Dash an Angostura Aromatic Bitter. Sowie 3 Dash an Bichot-Bitter. Nehmt euch einen Barlöffel und rührt das alles ungefähr 20-30 Sekunden durch, bis alles schon schön kalt ist. Jetzt haben wir hier unser Glas mit dem Absinth. Und was kommt, ist eigentlich ein richtiger Frevel, aber wir kippen das weg. Der Absinth sollte nur das Glas parfümieren. Wenn ihr dann riecht, wisst ihr was ich meine. Jetzt alles abgießen in das Glas. Können wir gleich noch ein paar Eiswürfel reingeben. Und dann sind wir fertig. Garnieren könnt ihr das mit einer Zitronenzeste. Und dann war es das des Sazerac. Und das hier ist das Sazerac. Ist eigentlich wie viele Klassiker. Die sehen ja alle ungefähr so bräunlich-rötlich aus. Und ich rieche mal für euch. Also die Spuren davon, die riecht man immer noch. Ausgewogen, aber sehr alkoholstark. Und ich finde den wirklich sehr, sehr lecker. Von der Farbe her, klar, der ist immer ungefähr gleich. Ich finde die Ausgewogenheit zwischen dem Bourbon und dem Rye Whisky und dem Cognac, finde ich sehr, sehr schön. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr den findet. Wer es mal nachgemacht hat, schreibt es in die Kommentare. Schreibt mir eure Lieblingscocktails in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bin ich raus und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.